So, fehlt eigentlich nur noch der Hologramm-Teilnehmer. Guten Morgen und guten Morgen. Hallo Herr Schäffler. Ich grüße Sie. So, wir haben heute das Thema Hologramm. Ich freue mich, dass Sie als Hologramm hier erscheinen. Wie ist das, wenn man so körperlos, frei im Raum steht? Ja, ich bin klein aufgeregt. Das will ich ja auch informieren. Ich will mich ein wenig schwebend und hochlockend, ob das auf jeden Fall kommen mag. Und dann starten wir jetzt, ja? Ja, ich bitte mich schon auf Ihre Präsentation an mir als Hologramm und dann freue ich mich auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. Ja, Herr Schäffler, super spannender Vortrag, Premiere, Sie als Hologramm hier im Konferenzraum zu erleben. Vielen, vielen lieben Dank und ich hoffe bis bald, als Hologramm möglicherweise. Ja, vielen Dank. Das kommt mir wirklich zurück. Es war mir eine große Freude, irgendwie einmal die Weile, wenn wir da bei uns ins Wohnzimmer oder in den Aufwuchsbereitungen reinfliegen. Und ja, ich hoffe, wir werden uns wieder sehen und uns wieder freuen. Dann, einen schönen Tag noch. Tschüss! Das Neujahr ergibt, wie das Alter aufgehört hat, mit vielen Nacherausforderungen. Ein Problem im B2B-Bereich ist, dass es für Vertriebe und Produktpräsentationen wenig echte Kontaktmöglichkeiten gibt. Online-Meetings und virtuelle Messen sind eine Alternative. Aber sie sind 2D, also flach und damit weit weg und weit. Ermichers ein Problem ist. Sprech. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020